Tag 11, als 17-jähriger Millionär, der selbstständig Schulabbrecher werden wird. Ich bin in finanziellen Bredouillen, also habe ich eine Produktplatzierung. Ich muss diese Kamera vorstellen. Und damit ihr die Qualität seht, filme ich jetzt meine Tastatur. Okay, irgendwie sieht das ganz komisch aus. Also filme ich mit meinem Handy die Kamera, die gerade die Tastatur filmt. Na warte, dann seht ihr die Qualität ja nicht. Deshalb filme ich mit meiner Kamera mein Handy, welches gerade die Kamera filmt, die gerade die Tastatur filmt. Oder besser, ich filme mit meinem Handy die Kamera, welche gerade mein Handy filmt, welches die Kamera filmt, die mein Handy filmt, wie es die Kamera filmt, die die Tastatur filmt. Warte, dann filme ich ja wieder mit meinem Handy. Also filme ich mit meiner Kamera mein Handy, welches die Kamera filmt, die gerade mein Handy filmt, welches die Kamera filmt, wie es mein Handy filmt, welches die Kamera filmt, die gerade meine Tastatur filmt. Ich weiß nicht warum, aber ich kann gerade nicht so gut denken. Deshalb filme ich mit meinem Handy meine Laptop-Kamera, die gerade die Kamera filmt. Okay, ich habe mich doch dazu entschieden, einfach eine Taube zu filmen mit der Kamera. Mit dem Rabattcode VapitiDündan kostet euch das nur 1...